Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal. Ich bin jetzt eigentlich so in den nächsten 10-15 Minuten in Mannheim angekommen. Ich bin ja auf dem Weg zum Friseur. Ja, ansonsten ist heute Morgen noch nicht viel passiert. Wir sind echt aus dem Bett. Wir haben in Ruhe gefrühstückt zusammen und dann haben wir so lange in Ruhe zusammen gefrühstückt, dass ich mich am Schluss wirklich schnell, schnell, schnell fertig gemacht habe, mich mal geschminkt habe. Aber ich habe mir eine Mascara mitgenommen, werde ich mir gleich nochmal auftragen. Ja, und ich hatte gestern Abend nochmal gegoogelt wegen dem Weg und es sind tatsächlich doch nicht 1,5 Stunden, sondern nur 1 Stunde 9 Minuten. Also vom Weg her nimmt sich das nicht viel wie von Frankfurt, also alles roger. Aber trotzdem, ich brauche halt mit einem bisschen mehr Verkehr und dann Parkplatzsuche schon so insgesamt, sagen wir mal 1,5 Stunden. Und dann bin ich ja immer so 3, 4 Stunden beim Friseur. Joa, und dann nochmal 1,5 Stunden zurück. Also mein Mann ist ein paar Stunden alleine, sagen wir es mal so. Ich möchte danach auch nochmal kurz zu Primark gehen, denn der Primark hier in Mannheim, der ist gestört groß. Also wir in Frankfurt haben ja auch schon dreistöckig, sowohl in einem Center als auch in der Frankfurter Innenstadt. Auch wirklich riesig groß und und und. Aber der in Mannheim, der ist nochmal ein Stück krasser irgendwie. Die haben auch, also teilweise die gleiche Ware, aber die haben auch ein paar Stücke anders. Also ich weiß nicht, das letzte Mal, als ich ja hier war, da habe ich ja unsere Handys abgeholt. Genau. Ein Freund von uns hat ja hier so einen Shop und wir haben die Handys da eben ein bisschen günstiger bekommen. Ein bisschen wirklich nur. Also es war, man hat trotzdem vierstelligen Betrag und zahlt richtig gestört für ein Handy. Hätte einem das jemand vor zehn Jahren gesagt, hätte mir einfach nur den Kopf geschüttelt. Aber nun gut. Und da war ich ja hier in Mannheim gewesen und da wollte ich halt nett nur wegen den Handys hierher fahren, die Strecke. Und dann bin ich halt nochmal ein bisschen da durch die Stadt gelatscht. Und Mannheim ist echt schön, muss ich sagen. Zumindest ist da dieser Bereich, den ich jetzt halt eben kenne. Ich weiß nicht allgemein, wie Mannheim ist, aber dieser Bereich, wo man da einkaufen kann und so, finde ich echt schön. Und da war ich ja das erste Mal dort im Primark unter anderem gewesen. Das hat mich echt so, ich so, wow, richtig genial. Auf jeden Fall habe ich meinem Mann schon gesagt, nach dem Friseur gehe ich da kurz rein, weil das ist noch nicht mal fünf Minuten von meinem Friseur entfernt. Genau. Und dann mache ich mich aber auch wieder auf den Rückweg. Ja. Also heute beim Friseur habe ich das Gleiche vor wie immer. Spitzenschneiden und dann halt eben, ja, Farbe. Ich weiß gar nicht, ich verwechsel immer Baleage und Ombre. Ich verwechsel das immer, weil für mich das letzten Endes das Gleiche ist. Also, dass man seine Naturhaare hat und dass dann langsam praktisch die helle Farbe kommt in so einem schönen Verlauf. Also, dass es eben nicht stränenartig aussieht, sondern halt eben in so einem schönen Verlauf. Das wird auf jeden Fall wieder gemacht. Und dann abmattiert, ganz dringend. Meine Haare haben so einen Geldstich. Also jetzt nicht extrem, extrem, aber ich habe wirklich jetzt schon seit einigen Monaten kein Silbershampoo mehr benutzt. Schande über meinen Haupt, sollte ich echt mal machen. Genau. Und abmattieren. Ganz, 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 ganz wichtig abmattieren. Und Olaplex wird dann auch nochmal reingemacht. Joa. Das ist das. Ich weiß nicht von den neueren Zuschauern, ob ihr das ja vielleicht nicht mitbekommen habt, aber ich sage es euch gerne nochmal oder ich kann es euch in die Infobox auch schreiben. Das ist der Lathe Salon. Heißt der in Mannheim. Kennt man bestimmt aus Instagram. Da gehen ja einige YouTuber und Blogger hin. Also ich habe das dadurch auch kennengelernt. Durch die oder den, den ich folge, habe ich den Salon eben oft gesehen auf Instagram. Und habe dann, also ich fand die Ergebnisse immer bombastisch und bin dann halt irgendwann mal mit meiner Schwester hingefahren. Und wir waren wirklich oder wir sind wirklich begeistert. Deswegen nehmen wir immer wieder die eine Stunde Fahrt in Kauf und den teuren Betrag. Also man ist bei dem, was ich machen möchte, so ungefähr 350 Euro kostet das. Das ist schon ein ordentlicher Betrag, aber ich muss echt sagen, es ist einfach ein Unterschied zu diesen 11 Euro Billigfriseuren. Es ist einfach ein weltweiter Unterschied, weil die Haare fühlen sich danach wirklich weich und gesund an. Man hat das Gefühl, man hat wirklich von jemandem, der was drauf hat, die Haare geschnitten bekommen mit einem anständigen Haarschnitt. Und ja, die Farbkunst, davon mal ganz zu schweigen. Also wenn man wirklich zu normalen Friseuren geht, die günstig sind und da sagt hier bitte einmal Baleage oder Ombre Look oder sowas. Nee. Also zu günstigeren Friseuren würde ich gehen, wenn ich ganz normale Strähnchen machen würde, weil das rentiert sich dann. Also ganz normale Strähnchen zu machen, kein Thema. Aber alles andere, muss ich echt sagen, habe ich bei keinem Friseur so schön gesehen, wie es hier ist. Also meine Schwester hat ja mehrmals schon bei verschiedenen Friseuren diesen Look sich machen lassen und es sah nirgendswo so schön aus wie hier. Also es sind dann auch immer mal Balken rausgekommen und was weiß ich was. Also hier ist es halt richtig, richtig schön und deswegen finde ich persönlich, dass sich das lohnt. Und vor allen Dingen, wenn man Strähnchen sich zieht, dann sieht man das ja wirklich, weil die Strähnchen ja zusammen rauswachsen. Dann sieht man immer so ein Stück, wo die Strähnchen rausgewachsen sind und ab dem Zeitpunkt, wo sie dann halt loslegen sozusagen. Und bei diesen anderen Techniken, wenn es praktisch rauswächst, sieht man diesen Übergang halt eben gar nicht. Man kann wirklich mindestens sechs Monate muss man nicht zum Friseur gehen. Also ich war jetzt auch sechs Monate nicht mehr beim Friseur und vom Ansatz her, es sieht einfach so schön aus, weil es einfach so ineinander übergeht. Also ich habe nicht das Gefühl, ich sehe irgendwie ungepflegt oder sowas aus. Klar, Gelbstich und vor allen Dingen halt die Spitzen schneiden, aber ansonsten vom Kopf halt eben oben her, hat man halt nicht dieses rauswachsen Gefühl wie bei den Strähnchen, dass man sich irgendwie dann so, ja, unwohl fühlt, dass man mal wieder zum Friseur müsste. Also bei dieser Technik kann man locker, muss man sechs Monate locker nichts machen. Vielleicht zwischendurch mal ein bisschen Spitzen schneiden, aber ansonsten, ja. Aber letzten Endes muss ja jeder für sich selber entscheiden, wie viel Geld man für was ausgibt. Ich weiß nämlich, die letzten Male, wo ich euch das gezeigt habe, was ich gemacht habe, da wurde dann nach Preisen gefragt. Und wenn ich die Preise gesagt habe, dann hat jeder gesagt, was? Bist du verrückt? So viel Geld? Aber ja, es ist mir halt tatsächlich, mir ist es das wert, weil ich sage mir immer, wo soll man am besten sein Geld reinstecken, wenn nicht in sich selbst. Ob das bei Essen ist oder Getränken ist oder ob es für seine eigene Beauty ist. Ja, bei Klamotten und Taschen und Schuhe haben wir wahrscheinlich alle genug im Schrank, ich zumindest. Und ja, da tue ich gerne immer mal was für mich selber, wie gesagt, egal ob es Essen oder irgendwas ist. Ich bin auch mittlerweile, ich habe früher immer darauf geachtet, wenn ich zum Beispiel im Restaurant saß oder irgendwie im Supermarkt und eingekauft habe, habe ich schon immer so geguckt, so, boah, das kostet jetzt so und so viel, nee, komm, das letzte, das kaufst du jetzt nett ein. Und ich muss sagen, da bin ich ja so gar nicht mehr der Typ für. Also klar, ich gucke auch mal, wenn was gerade zum Beispiel im Angebot ist, was ich gerne esse und was normalerweise teurer ist, dann nehme ich es immer gleich auf Vorrat mit. Das mache ich schon. Aber mittlerweile, wenn ich auf irgendetwas Lust habe, dann kaufe ich es einfach. Es ist mir völlig egal, wie viel es kostet. Weil ich spare dann lieber an irgendeiner anderen Stelle. Also ich kaufe mir lieber einen Oberteil weniger, aber geier da nicht rum, weil zum Beispiel Obst, Früchte sind ja zum Beispiel relativ teuer. Gerade so Bärenfrüchte sind wirklich mega teuer, gerade im Winter. Aber gut, dann kosten sie halt zwei, drei Euro. Was soll's? Warum soll ich daran sparen und geiern? Das ist zwar teuer, aber wie gesagt, ich spare da lieber dann an irgendeiner anderen Ecke. Und das ist das, was ich meine mit, ich investiere lieber in mich selber als in andere Sachen. Dann spare ich an einer anderen Stelle. Und da gehört für mich auch Beauty mit dazu. Nicht nur Food und Lifestyle für mich selber, sondern ja, auch sowas wie Friseur oder irgendwelche Beauty-Produkte oder Schmink. Danke oder weiß der Geier was. Einfach Sachen, wo ich mich mit wohler fühle, sozusagen. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich möchte jetzt wieder mal nach der Schwangerschaft starten, ein paar Sachen zu machen, die ich halt eben die ganze Zeit nicht gemacht habe, nicht machen konnte, verschieben wollte. Und unter anderem gehörte da eigentlich mit dazu, dass ich meine Tattoos weiterhin entferne. Da hatte ich eigentlich auch einen festen Termin, und zwar gestern. Der wurde mir allerdings abgesagt. Also, ich war ja immer bei Tattoo los gewesen. Da habe ich euch ja ein paar Mal mitgenommen. Ihr habt das ja schon gesehen. Die letzten Male war ich ja kurz vor der Schwangerschaft da gewesen. Und die haben mich jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, wann es war, am Samstag oder am Freitag angerufen, dass sie mir den Termin für gestern, halt für Montag, abgesagt haben. Weil die eine Kollegin krank ist, und die andere, also die einen, die mich angerufen hat, war halt alleine eben im Laden gewesen. Und sie hat halt eben nur die Termine gemacht, die jetzt schon seit Wochen sozusagen eingetragen waren, weil die Ende Januar schließen. Richtig scheiße. Ich habe auch gar nicht gefragt jetzt, wieso, weshalb, warum. Weil es war immer mega schwer, dort einen Termin zu bekommen. Man musste wirklich im Wochen, also Wochen voraus, sich Termine machen lassen, geben lassen. Deswegen, dass es schlecht gelaufen ist, glaube ich noch nicht mal. Vielleicht ist es an den Mitarbeiterinnen, dass da eine weggegangen ist, oder dass sie jetzt unterbesetzt sind. Oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum die schließen. Aber Fakt ist, dass sie schließen, und der nächste Salon von denen ist irgendwo am Ahr der Welt. Also wirklich, ich glaube, drei Stunden oder sowas entfernt. Das nehme ich natürlich, also das nehme ich wirklich nicht in Kauf. Wenn es jetzt eine Stunde wäre, an der Teilpatches gemacht, weil ich da wirklich zufrieden war mit dem Salon. Oder mit dem Studio. Kein Salon, mit Studio. Aber ich habe jetzt noch nicht mal genau geschaut. Und sie hatte nur zu mir gesagt, dass der nächste Laden wirklich weit, weit weg ist. Einige Stunden. Ich kann eben nicht mehr in dieses Studio gehen. Richtig scheiße. Sorry, meine Wortwahl, aber es ist wirklich blöd. Weil das Ding ist, das ist halt eine Laserbehandlung. Deine Haut wird ja verbrannt an der Oberfläche und Laserschießen in dich rein und was weiß ich was. Also das ist ja schon eine Sache. Da muss man wirklich einen Laden finden, dem man vertraut, wo man sich wohlfühlt und und und. Wo alles passt. Das ist halt, das ist auch natürlich voll preisintensiv. Also ich habe ja jetzt mehrere Tattoos immer weglasern lassen. Und da legt man halt auch einige hundert Euro auf den Tisch. Ja. Und deswegen, wenn es dann irgendwie blöd gemacht ist oder man am Ende einen Narben hat oder nicht das Resultat, was man hofft und so weiter und so fort. Dann ist es natürlich, das ist eine Katastrophe. Anders kann ich es nicht sagen. Also für jeden Bereich. Und deswegen muss ich mich jetzt erst einmal schlau machen und auf die Suche machen. Nach einem neuen Studio, wo ich sage, erstens, was weiß ich, dass es eben nicht zu weit weg ist. Dass ich sehe, okay, die haben gewisse Erfahrungen. Ja, dass es nicht so 0815 Salon ist. Und was weiß ich, dann auch vielleicht einer, der nicht übertrieben überteuert ist. Ist ja immer so eine Sache. Also wie gesagt, ich habe schon sehr, sehr, sehr viel Geld dort gezahlt. Aber es geht ja immer, wie wir wissen, es geht immer noch teurer. Ja. Richtig blöd. Richtig, richtig blöd, weil ich eben dort mega zufrieden gewesen bin. Auch immer mit den Ergebnissen danach war ich super, super zufrieden. Also deswegen, weil ich hatte euch ja gesagt, dass ich wieder eine Laserentfernung habe. Aber aus genannten Gründen hat die leider nicht stattgefunden. Ich habe zu ihr noch gesagt, wenn irgendjemand absagt oder irgendwie doch noch ein Termin bis zum 31.01. frei wird. Egal welcher Tag, egal welche Uhrzeit. Ich nehme ihn, sie soll mich anrufen, ich komme. Ja. Voll blöd. Also ich hoffe, dass wenn ich mich jetzt mal die Tage auf die Suche mache, da was jemanden anderen zu finden, dass ich da echt erfolgreich bin. Und jemanden gescheiten finde, bei dem ich zufrieden bin, wo ich mich wohlfühle. Und wo auch so tolle Ergebnisse dann sind, wie es eben jetzt in diesem Studio gewesen ist. Ja. Schaut mal, ich habe übrigens meine neuen Schuhe angezogen. Die sind einfach nur genial. Die sind so, 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 so schön. Häußerst hübsch. Die Farbe ist jetzt drauf, geht gerade ein. Und dann wird dann abmattiert und geschnitten und Olaplex. So, ich chill hier am Waschbecken. Keine Ahnung, wie lange schon eine Stunde oder sowas. Wir haben ja erst mal die Farbe drauf gemacht. Die ist ein, hat so 25 Minuten, wirkt die ein. Genau. Dann haben wir die ausgespült und haben Olaplex reingemacht. Olaplex, für die, die es nicht kennt, das ist nochmal so ein extra... Aber wie kann man es erklären? Es ist wie so eine Haarkur, die so ultimativ ist. Also, die die Haare richtig krass repariert und überhaupt. Also, könnt ihr euch mal durchlesen, das ein bisschen kompliziert zu erklären. Genau, das wirkt dann auch nochmal ein und währenddessen das eingewirkt hat, hat sie mir meine Haare ausgekämmt, weil das Ganze wird ja immer so antopiert. Und ja, es ist eine richtige Auskämm-Aktion, die auch echt schmerzhaft ist. Aber das tut man sich ein bisschen schön auszusehen. Ja, und nachdem sie mich ausgekämmt hat und Olaplex eingewirkt ist, wurde das wiederum ausgespielt und dann wurde eine Abmattierung drauf gemacht für ein paar Minuten. Das wurde jetzt dann auch wieder ausgespült und jetzt habe ich noch eine Haarmaske drinne für auch wieder 20 Minuten. Und dann müssten wir fertig sein. Und dann wird schnipp-schnapp-Frage ab, aber nur die Spitzen. Ich hatte letztens überlegt, kurze Haare oder lange Haare. Ich hatte wieder Lust, mal wieder so ein bisschen kürzer was zu machen. Ich habe mich dann aber doch wieder für lang entschieden. Ich hatte Angst, dass ich es bereue, weil ich jetzt sehr lange ein bisschen kürzer die Haare habe. Jetzt habe ich mal wieder Lust auf lang. Genau, also werden nur die Spitzen gleich abgeschnitten und dann schön geföhnt. So, jetzt kann ich auch kurz mal filmen, weil gerade keiner da ist. Der Latte-Salon ist nämlich nach unten gezogen. Hier war ja immer dieser Shop mit den Klamotten. Der ist jetzt weg. Und oben ist tatsächlich nur noch so... Also die waren ja früher oben, da musste man hier die Teile immer hoch. Und da ist jetzt eigentlich, haben Sie gesagt, nur noch ein bisschen was zum Fotos und so weiter machen. Ansonsten ist der Salon jetzt hier unten. Genau. So, ich bin jetzt fertig. Ich bin jetzt extra hochgegangen, damit ich hier ein paar Fotos machen kann vor diesen wunderschönen Engelsflügen. Ich finde die so, so schön. Das übrigens ist Endergebnis. Ich bin sehr, sehr, sehr begeistert, wie immer. Super, super zufrieden. Ich habe mir so ein paar Locken reinmachen lassen. Ja, und die Spitzen sind auf jeden Fall ab. Ich habe hier auch das Ganze hier vorne so ein Stück ungefähr abgeschnitten. Das ist sehr, sehr, sehr rausgewachsen gewesen hier vorne. Ja, ich bin zufrieden. Ich liebe es. Endlich wieder fresh hair. So, ich gehe jetzt mal was zum Mampfen holen. Ich habe nämlich ziemlich Hunger. Und dann kurz zu Primark. Wie gesagt, und dann ab und haus zu meinen Männern. So, ich habe mir hier oben gerade mal so einen Zopf gemacht, damit die mir nicht im Weg sind. Ich habe mir nämlich hier so eine China-Box geholt. Ich bin jetzt hier in so einem Center. Es ist zu Ende. So sind einfach nur so China-Nudeln. Mehr nicht. Weil ich ein bisschen was im Magen habe, weil wir haben mittlerweile schon drei Uhr. Und dann gehe ich hier gleich runter in den Primark, dann wieder ab ins Auto und ab nach Hause. Genau. Wenn ich wieder zu Hause bin, kann ich euch die Sachen, die ich in Primark gefunden habe, zeigen. Wenn ich was finde, wo ich von ausgehe. Es sei denn, es ist viel zu viel. Dann mache ich vielleicht einen separaten Haul. Mal sehen. So, ich bin fertig. Ich bin im Eiltempo wirklich durch Primark durch. Ich habe noch eine Kleinschaft erledigt. Und jetzt ab nach Hause. Ich habe übrigens zwei volle Tüten. Das bedeutet, es gibt ein extra Haul. Beziehungsweise vielleicht zeige ich es einfach in dem nächsten Vlog dann. Keine Ahnung. Ich mache auf jeden Fall ein eigenes Video daraus, weil das ist zu viel. Ich habe einiges gefunden. So, jetzt geht es ab zurück nach Frankfurt. Ich bin langsam ein bisschen müde. Kaputt vom Laufen, vom schnellen Laufen. Und ich würde sagen, ich melde mich später oder morgen wieder bei euch.